1, 2, 3, 4 Merkel, warum hast du nichts getan? Schau dir den Eisbär an, der hat ja gar kein Eis mehr. Warum fährst du nach Paris, ich bitte Fahrrad, und sprichst dort ein Machtwort, dass es nun der Welt endlich wettet, Merkel. Und wie es wieder aussieht, will liegt auf den Straßen nicht ordentlich getrennt. Was sollen die Nachbarn sagen? Holland geht bald unter, die können doch gar nicht stimmen, wo sollen die denn hin? Wer soll die Welt dann retten? Hansestadt, Berlin, Sonnenstrand und Meer, wo kommen die Touris her? Was macht der Eisbär hier? Immer diese Kühe, die furzen durch die Gegend, werden doch mal gegangen. Das ist gesundes Leben, Merkel. Ein Windrad ist noch nicht genug. Es ist noch nicht zu spät, das Nachtwärm endlich abzuschalten. Du hast dich doch früher so für Umwelt interessiert, wäre das nichts für dich. Deinen eigenen Eisbär Merkel. Und wie es wieder aussieht, will liegt auf den Straßen nicht ordentlich getrennt. Was soll die Nachbarn sagen? Holland geht bald unter, die können doch gar nicht schwimmen, wo sollen die denn hin? Wer soll die Welt dann retten? Hansestadt, Berlin, Sonnenstrand und Meer, wo kommen die Touris her? Was macht der Eisbär hier? Immer diese Kühe, die furzen durch die Gegend, werden doch mal gegangen. Das ist gesundes Leben und es war so ne schöne Welt, wo's auch dem Eisbären sehr gefällt. Komm, steh auf, mach was für dein Geld, lauf nach Paris. Wirklichkeit! Vielen Dank.